wir brauchen zwei magazine zwei aber das muss man zusammen knüpfen weil eine reicht das nicht das ist so dünn und dann muss man dann holen 24 blätter damit das für die flügeln halten können so das habe ich sag in hier so 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 schaut das aus so und hier an der Seite muss man dann kleben Entschuldigung das sind die beiden gleich sie schaut wie ein Fäger so das ist in eine Seite da muss man zwei blätter weil die magazine ist leider zu dünn dann muss man dann zwei nehmen so 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 zum kleben zum kleben zum kleben benötigen wir Heizluftpistole sonst klebt das nicht so 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 Es ist nun nicht so heiß, aber muss man dann immer probieren, es ist nicht ganz heiß. So, okay. So heiß, aber es ist ein. So, an dieser Seite kann man auch kleben damit, dass sie dann besser ausschaut. So, an dieser Seite kann man auch kleben damit, dass sie dann besser ausschaut. So, an dieser Seite kann man auch kleben damit, dass sie dann besser ausschaut. So. 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 So.